Hey Mann, ich hab' den Platz schon! Da stand die Schuld da unten drauf. Immer so zwei, drei Mann. Und sie war... Party für Party! Ach du mal, guckst du! Party für Party! Hey, Party! Haha, ganz schön. Achtung! Ich hab' mich auch von da! Was hättest du denn hier rum, wenn du dran gekennst, ne? Den Sprung in den Westen, also okay, mach' die Leer. Okay! Komm' nach! Da war'n Minen geredet! Ja! Dem Streifen! Es ist, was hier, äh, rollend worden. Wer drüben gehört an, das... Das wusste jetzt zu guter Letzt niemand mehr, wo die Minen direkt lagen. In welchen System sie sie gelegt hat. Und das darf, ist einfach so zusammen mit früher, aber... Ja, also... Ich möchte sagen, das schläft. Es geht jetzt nach der Devise, ungefähr jeder ist sich selbst der Nächste. Ist das nicht auch schade? Ja, das ist schade. Sicher ist das schade. Weil, früher, da ist man eben... Ja, was war das, wenn man zum Nachbarn gegangen hat? Weil ich dachte mir, ich hörst du, helf mir dort mit, dort mit. Ich meine, jetzt kann man auch noch zu den Nachbarn gehen. Aber... Es ist immer das, was wirklich vor einem Jahr noch war, vor einem anderthalben Jahr noch war. Ach, glücklicher! Haha, glücklicher! Ne, glücklicher sind wir jetzt... Glücklicher sind wir jetzt jedenfalls in vier Wochen. Fünf Wochen da. Dann, dann geht's einfach. Weil alle reich werden. Ach, reich nicht. Es reicht, glaube ich, die Arbeit behalten. Ich möchte mal reich werden. Aber du willst reich werden? Ja. Frau! Du auch. Wir müssen ja im ersten Moment nicht. Wie willst du es fragen, um reich zu werden? Was machst du denn auch hier vorhin? Ja, ja. Was muss man machen, wenn man reich werden muss? Arbeiten. 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 Aber so am Mittag, wo kleine Seben drin sind. Hier ist so, die wieder gehen. In den Donald Ruf. Wie geht's da? Der hat ganzen Geld, Grammische把它 und criggelt. Tschüss! Wir haben einen Ruf zusammen. phen. Wir haben einen Ruf zusammen. Wie geht's dann? Der hat ganz ein Geld spät und schau' demands Geld. Tschüss! Tschüss!